Der Vortrag von heute Abend heisst Danke für die Schwierigkeiten. Ich habe zwischendurch ein schlechtes Gedächtnis an Personen, Sachen, Inhalte und so und dann tröstet es mich, wenn ich in Buddhas Reden sehen kann, dass das schon vor zweieinhalb tausend Jahren ein Problem war, auch nicht mich persönlich, es kann ein Problem sein, und zwar war da der Brahmane Sangharava, der zu Buddha kam und gefragt hat, Buddha, wieso kann ich mich an Hymnen nicht erinnern, die ich schon seit langer Zeit auswendig gelernt habe und schon oft rezitiert habe, wieso kann ich mich an die nicht erinnern. Und der Buddha sagt, es gibt fünf Gründe, wieso du dich nicht an diese Hymnen erinnern kannst, an diese Texte, und das ist Verlangen, Aversion, Trägheit, Müdigkeit, Ruhelosigkeit, Reue, Gewissensbisse und Zweifel. Also diese fünf, das sind die Gründe, wieso er sich nicht an diese Hymnen erinnern kann. Und ich weiß nicht, ob euch die fünf irgendwie bekannt vorkommen, aber sie sind sehr beliebt, sie sind am Anfang eines Retrits sehr beliebt, und auch wenn wir hier nicht singen dürfen oder müssen, kommen diese fünf sogenannten fünf Hindernisse oder fünf Hemmnisse bei eigentlich allen Meditierenden. Und es lohnt sich, einen guten Umgang damit zu finden, weil nämlich diese fünf, die verschwinden nicht so schnell. Also der Zweifel verschwindet gemäss den Wehren mit der ersten Stufe der Erleuchtung, das Sinnesverlangen, das Übelwollen und die Reue verschwindet mit der dritten Stufe der Erleuchtung, und die Müdigkeit und die Ruhelosigkeit verschwinden erst mit der vollständigen Erleuchtung. Also ich glaube, etwas zu investieren hier ist man sicher gut beraten, und ich werde deshalb ein wenig darüber sagen heute. Ich denke, in den Anleitungen und auch in den Gruppengesprächen ist das immer wieder ein Thema gewesen, das Persönliche oder das Unpersönliche von dem, was uns begegnet. Und man kann sagen, diese Emotionen oder die Gedanken, die kommen, oder die Geisteszustände, es ist eigentlich so wie ein Facebook-Konto mit 5000 Freunden. Da rattern immer irgendwelche Botschaften durch. Zu vielen hat man eigentlich keine Beziehung, aber man kann sich trotzdem damit identifizieren. Und dort hat man sie immerhin mal akzeptiert als Freunde, und hier kommen sie einfach, ob es nun Freunde sind oder nicht, diese Geisteszustände. Und wir haben auch über die zwei Techniken gesprochen schon, die wir nutzen, also die zwei Meditationsarten, die Sammlungs- oder Samatha-Meditation, die wir nutzen, um den Geist zu sammeln und zu beruhigen, wo das auch hilft, also nicht gegen diese Sinneseindrücke überflutet zu werden oder überflutet werden zu wollen. Manchmal ist es ja auch angenehm, oder man denkt, es könnte angenehm sein, diese Sinneseindrücke. Und die Vipassana-Meditation, also die Einsicht in die Funktionsweise des Geistes, was ein erster Schritt ist, um sich überhaupt frei zu machen davon. Diese fünf Hemmnisse oder Hindernisse, die ich angesprochen habe, die sind ja, die sind im Retreat sehr offensichtlich, aber die finden natürlich auch im Alltag statt. Aber dort haben wir halt einfach recht viel Hintergrundgeräusche und Sachen, die uns ablenken, sonst, dass es einfach weniger auffällt, als wenn wir hier still in der Halle sitzen und das einfach auf uns einprasselt. Und wenn wir verstehen können, wie der Geist funktioniert im Zusammenhang mit diesen Hindernissen, dann können wir auch, das ist wirklich ein Schritt zu mehr Freiheit im Umgang mit diesen fünf und auch zu weniger Reaktivität. Also wenn wir das nicht machen, dann handeln wir oft aus einer Reaktion heraus auf so einen Geisteszustand und daraus entsteht oft auch viel Leid und Schmerz, nicht nur für uns selbst, sondern auch für andere Menschen oder Lebewesen. Also aus dem Verlangen kommen die Gier über ein Eigentum oder Macht oder was immer, oder aus Aversion oder Ärger entsteht Gewalt und Konflikte, wenn man es nicht durchschaut. Und was wir mehrfach auch angesprochen haben in den Anleitungen ist, dass es ein Ziel ist, dass wir die Identifikation vermeiden, weil wenn wir identifiziert sind, dann ist es mein, dann ist nicht, bin ich ärgerlich oder bin ich müde. Und wenn wir sehen, dass es eigentlich nichts mit uns zu tun hat, dass es einfach Sachen sind, die im Geist entstehen, ist es auch einfacher einen Schritt zurück zu machen und das durchziehen zu lassen. Und diese fünf, die sind einfach da. Buddha benutzt einen Ausdruck Yatha Buddha, das heisst das, was entstanden ist. Und das sind einfach Sachen, die da sind. Man kann da mal auch Realität sagen, aber es ist einfach das, was entstanden ist. Es ist aus irgendwelchen Ursachen und Ursachen-Wirkungsketten entstanden. Aber es ist weitgehend unpersönlich, es hat nichts mit uns zu tun. Und die Haltung gegenüber den Schwierigkeiten finde ich sehr schön ausgedrückt von Byron Katie, das ist eine amerikanische, ja, spirituelle Lehrerin, nicht in der buddhistischen Tradition, aber die hat gesagt, ich bin eine Liebhaberin dessen, was ist, nicht weil ich eine spirituelle Person bin, sondern weil es weh tut, wenn ich mich mit der Realität anlege. Und ich, also, das Lieben, also die Müdigkeit lieben oder den Ärger lieben, da ist vielleicht etwas viel verlangt, aber ich denke, der nächste Schritt wäre, aufhören, dagegen anzukämpfen. Das wäre schon ein erster Schritt Richtung Liebe, es muss nicht gleich Liebe sein. Aber ich finde das sehr schön ausgedrückt, weil es eben auch zeigt, wie es in unserem ganz eigenen Interesse ist, nicht dagegen anzukämpfen. Oft, wenn Menschen in so einen Kurs kommen, das erste Mal, dann ist uns immer die Vorstellung, ja, ich habe gedacht, man, Wochenende entspannen, ruhen, Geisteruhe kommen lassen, so ein bisschen relaxen. Und dann sind sie hier und dann sagen sie, es ist schlimmer als zu Hause, also, das ist furchtbar. Einfach dauernd kommt irgendwelches Zeugs in den Sinn und ich bin wahnsinnig müde oder wahnsinnig ruhenlos. Und das passt so nicht in das Bild, das man hat, was es eigentlich sein sollte, die Meditation. Und interessant finde ich, wenn man diese Aussage von Byron Katie logisch weiterverfolgt, dann kann man sagen, am Ende gibt es eigentlich keine Schwierigkeiten mehr. Einfach, weil die Sichtweise anders ist, weil ich es nicht mehr als Schwierigkeit bezeichne, sondern als, es ist einfach etwas, das entsteht und es vergeht auch wieder. Aber es hat nichts mit mir zu tun und ich muss es in dem Sinn auch nicht als besondere Schwierigkeit, es mag unangenehm sein, aber ich kann aufhören, es zu bekämpfen. Weil, ja, das ändert nichts, also es macht es stärker, doch, das Bekämpfen. Und ich denke, was auch in den Gesprächsgruppen heute ein paar Mal zur Sprache kam, ja, wieso ist das eigentlich, also, und ich glaube, das hat wirklich damit zu tun, wir, wir, das ist so ein Vollstopp, oder? Wir kommen aus einem Alltag, wo wir sehr viele, wir haben viele Verpflichtungen, wir haben sehr viele Eindrücke, wir haben, die meisten nehme ich an, einen hohen Medienkonsum, wir haben vielleicht Familien, anspruchsvoller Beruf und dann kommen wir hier hin und wir müssen nichts mehr und es hat herzlich wenig, das uns ablenken kann. Also, ja, zum dritten Mal den Tagesplan lesen, aber es ist irgendwie auch nicht so super und viel mehr gibt es dann nicht, oder? Und diese Drehzahlreduktion macht es viel offensichtlicher, diese fünf Hindernisse und insofern hat es wirklich gar nichts mit uns zu tun. Also, man kann sagen, wenn ich einen Tag lang an den Strand gehe und in die Sonne liege, dann kriege ich Durst und einen Sonnenbrand. Aber die Sonne hat nichts gegen mich, das ist einfach, weil ich dort bin und das als Funktion dessen wird mir heiss werden, das ist so. Aber nichts Persönliches. Im Umgang mit diesen fünf Hindernissen ist ein wichtiger Aspekt, den wir auch ein paar Mal schon erwähnt haben, ist, dass es nicht das Objekt an sich wichtig ist, sondern unsere Beziehung dazu. Also, es geht weniger darum, ist es jetzt der Ärger oder ist es die Müdigkeit, sondern wie ist meine innere Haltung dem gegenüber? Wie verhalte ich mich dem gegenüber? Und das zu beobachten und zu sehen, was sagt mir der Geist eigentlich über diesen Zustand? Und wir haben halt schon die Neigung, uns auf das Objekt zu fixieren und gar nicht so genau zu sehen, was eigentlich im Geist dahinter passiert. Also, die Beziehung zur Erfahrung ist wesentlich und nicht unbedingt das Objekt. Und einen zweiten Grundsatz könnte man sagen, ist, dass alles Praxis ist oder alles Praxis sein kann. Und fast alle von uns denken, haben mal eine Vorstellung, ein Bild davon, was Meditationspraxis ist. Und das ist halt assoziiert mit, irgendwo steht im Raum eine Buddha-Figur oder eine Tara-Figur und es hat Matten am Boden und vielleicht noch ein Räucherstäbchen. Und ich sitze am Boden im Schneidersitz, das ist dann Meditation. Aber die Frage ist, wäre dann Praxis, ich stehe in der Küche, die Milch läuft über, die Kinder schreien, der Hund bellt, es klingelt an der Türe und die Toasts produzieren schwarzen Rauch. Wäre das auch eine Praxissituation? Wäre es vielleicht sogar eine bessere Praxissituation? Wir können sie häufig nicht so wertschätzen und ich habe grosse Sympathie dafür, aber im Prinzip ist es eben auch eine Praxissituation, wenn es schwierig ist, ist es interessant zu praktizieren. Und also diese fünf Verlangen und so das Gegenstück Aversion oder Ärger und Müdigkeit, was ganz viele von euch erwähnt haben, oder das Gegenstück Ruhelosigkeit und schliesslich der Zweifel, werde ich jetzt so etwas mehr im Detail vorstellen. Als erstes, also der Buddhismus, die neu sind, Buddhismus liebt Listen, es gibt immer Listen, es gibt Listen von fünf, Listen von vier, Listen von sieben, Listen von zehn, von zwölf. Es ist perfekt zum Lernen oder auch wenn man einen Vortrag machen will, ist es schon vorstrukturiert, weil es hat immer eine Reihenfolge und es hat Inhalte. Auch wenn das jetzt nicht so ganz traditionell buddhistisch ist, wie ich es erzähle, aber das hält sich insofern daran. In dieser Liste, dieser fünf, kommt als erstes, wir werden das Verlangen. Verlangen ist auch eines der sogenannten drei Grundübel. Verlangen, Aversion und Unwissenheit, die wir in den tibetischen Tankas, ist das oft in der Mitte, das Rad des Werdens, ist in der Mitte, ist ein kleiner Kreis und dort ist ein Schwein, eine Schlange und ein Hahn. Das sind die Symbole, tierunfreundliche Darstellung, aber es sind die Symbole für diese drei Grundübel. Also der Hahn fürs Verlangen, die Schlange für den Hass und das Schwein für die Unwissenheit. Ich weiss, Schweine sind gar nicht so unwissen, aber das ist einfach so dargestellt. Und deswegen, das ist ein sehr zentraler Punkt und der Grundsatz dabei ist eigentlich, es ist nicht genug. Es ist immer der Wunsch, dass es noch mehr oder noch vollständiger oder noch ganzer werden soll. Was immer misslingt, es wird nie ganz. Also das Verlangen ist nicht so, dass, wenn, also wir denken, es sei so, wenn ich das noch habe, dann ist dann okay. Aber das ist eben halt leider nie okay, wenn ich das noch habe, kommt das Nächste. Und wir werden im Leben oft getrieben von der Suche nach angenehmen Zuständen. Und die können unterschiedlicher Art und Weise produziert werden. Aber das Verlangen hat eine sehr starke treibende Kraft in unserem Leben. Und ich möchte nochmal wiederholen, was Samuel heute auch gesagt hat, es ist kein Problem, angenehme Gefühle zu haben. Das Problem ist, sie nicht loszulassen, wenn sie weggehen. Aber solange sie da sind, ist es völlig okay, sie auch zu geniessen. Aber sie herbeimurksen zu wollen, wenn sie nicht da sind, oder halt eben Hilfsmittel benutzen, um sie da herzuholen, wenn sie nicht da sind, das ist immer problematisch. Und da ist immer ein Anhaften, ein Klammern da, das dann zu einer schwierigen Beziehung zum Angenehmen führt. Man kann auch sagen, das Prinzip des Verlangens ist, dass der Moment nicht genügt. Wir reduzieren ja hier den Rahmen ziemlich. Es gibt deutlich weniger, wonach man verlangen könnte, einfach so offensichtlich. Und der Rahmen, der formale Rahmen, der wir vorgeben, ist auch eine Möglichkeit zu sehen, was passiert, wenn ich nicht auf Verlangen reagiere. Wenn ich hier drin sitze, macht schon der Gruppendruck, dass ich nicht unbedingt jedem Wunsch nachgehe, der mir gerade durch den Kopf geht, auch wenn ich ihn theoretisch erfüllen könnte. Und es ist eine Chance zu sehen, dass mein Glück nicht davon abhängt. Wenn ich dann halt weiter hier sitze und eine Viertelstunde später in meinen Geist schaue, dann ist oft dieses Ding weg. Also natürlich, es gibt fünfstündige Fantasien, aber im Prinzip geht alles wieder weg. Und wenn man jetzt Geduld hat, ist es eigentlich erstaunlich, wie schnell die Sachen wieder weg sind. Oder dass man sogar vergisst. Letzte Stunde war ich völlig absorbiert von diesem oder jenem. Und ich hatte es völlig vergessen. Das ist durchaus möglich. Es ist erstaunlich, der Geist. Und der Buddha sagt nachher auch in einem anderen Zusammenhang etwas Interessantes, dass wir in Bezug auf das Trainieren des Geistes, also er sagt, ihr Bikkus, also ihr Mönche, worüber auch immer ein Bikkus häufig nachdenkt und nachsint, das wird seine Herzensneigung werden. Also wenn ich dauernd an etwas denke, dann trainiere ich eigentlich meinen Geist, sich in diese Richtung zu bewegen. Und als Kind hatte ich so Kataloge mit Modellflugzeugsachen drin. Und die habe ich gut studiert. Und ich habe meinen Geist darauf trainiert, sich Verlangen nach Modellflugzeugzubehör zu generieren. Und in der heutigen Zeit ist das etwas problematisch, weil im Internet gibt es eigentlich jeden Katalog, den man sich wünschen kann. Und da kann man das Verlangen trainieren. Ach, go, go. Also wirklich unglaublich. Ich bin ein Freund von Geräten, aber ich finde das wirklich eine Herausforderung für unsere Zeit. Und ja, einfach diese Möglichkeit, den Geist zu füttern und eben Verlangen zu trainieren, ist nicht ganz unproblematisch. Und das finde ich als Prinzip gut zu behalten. Wir sind eigentlich immer daran, den Geist zu trainieren. Nur meistens wissen wir es nicht. Oder wir sind uns nicht so bewusst, was wir eigentlich damit machen. Es ist, hier sagen wir, wie wir den Geist trainieren sollten. Oder geben Anleitungen, wie man den Geist trainieren kann. Aber im Alltag trainiere ich ihn. Es sind einfach die Sachen, die ich immer wieder mache, oder wo ich die Aufmerksamkeit immer wieder hinrichte. Und das lerne ich dann, das kann ich dann auch besser. Und wenn ich nach Hause komme und immer als erstes das Radio anschalte, dann ist das das, was ich mache. Es können Banalitäten sein. Es geht auch nicht darum, jetzt zu sagen, dass das schlecht ist. Ich denke, der wichtige Punkt ist einfach zu sehen, was in unserem Bewusstsein abgeht. Das ist ja eine, wir lernen hier eigentlich den Geist zu erforschen und zu verstehen. Und die Bewusstheit ist eigentlich der wichtige Punkt. Nicht zu sagen, dass das schlecht ist oder dass es nicht sein darf. Und Verlangen ist oft produziert durch unangenehme Gefühle. Also wenn ich ein unangenehmes Gefühl habe, kann ich dem am einfachsten ausweichen mit Verlangen. Ich habe bei der Recherche für diesen Vortrag herausgefunden, dass in der Schweiz pro Person und Monat ein Kilo Schokolade konsumiert wird. Fand ich fantastisch. Und das ist ja durchschnittlich. Es gibt sicher Leute, die essen keine Schokolade. Und ich denke, das reicht für recht viele unangenehme Gefühle. Es bleiben sicher noch ein paar übrig. Aber unglaublich, 180.000 Tonnen im Jahr. Das ist immens. Das ist ja ein richtiger Schokoladeberg. Und hier gibt es zwischendurch auch Schokolade, wenn man Glück hat. Oder im Dessert. Aber im Prinzip ist eher mal die Stille einfach gegeben, um zu schauen, wie diese Innenvorgänge sind. Und eben zu Hause ist, manchmal ist erst, wenn man so im kalten Luftzug von der offenen Kühlschranktüre steht, merkt man, dass man vor dem Kühlschrank ist und eigentlich gar nicht Hunger hat. Und es ist oft so, dass, wenn man es dann, hier ist es einfacher, es zurückzuverfolgen. Wenn ich in der Tee-Ecke bin und denke, was, was hat mir, wieso bin ich eigentlich hier? Aha, irgendwie war etwas mit dem Chef oder so. Und ich habe da auch nur herumstudiert. Arbeitswelt, Partnerschaft, das sind beliebte Themen, die kommen und wo es halt immer wieder auch unangenehme Aspekte drin hat. Und die fördern dann den Gang zum Kühlschrank. Der ist hier verbaut, aber die Tee-Ecke, die ist zugänglich. Und es ist einfach interessant zu sehen, wie das funktioniert. Wie unser Geist funktioniert. Joseph Goldstein, ein Vorzeigelehrer, finde ich, ein ganz super guter Lehrer, der hat mal gesagt, im IMS, im Zentrum in Massachusetts, sei er mal irgendwie am Abend in der Küche in die Vorratskammer gegangen, da sei ein Kursteilnehmer in der Vorratskammer gestanden, mit der Hand, so im Glas mit den Datteln oder sowas. Und der Joseph hat gesagt, can I help you? Und er hat gesagt, ja, I'm looking for the manager. Ja, peinlich. Aber so ist es. Und es ist einfach hier offensichtlich, diese Mechanismen. Es muss nicht Essen sein, es kann auch ganz, vor allem bei längeren Retriebs, eine beliebte Projektionsfläche ist die sogenannte Vipassana Romance, also irgendwie man verliebt sich in andere Kursteilnehmer, beim Ärger kommt dann das Gegenüber, also man kann auch andere anfangen zu hassen. Und es ist einfach im eigenen Geist, der sucht sich ein Objekt. Und das Objekt kann Essen sein, es können Menschen sein, es können Zustände sein, es können offene Fenster, geschlossene Fenster, alles ist gut. Sowohl fürs Verlangen wie für die Aversion. Und das Verlangen ist wirklich eigentlich eine Projektionsschiene, wo der Durst kann, der Durst, oder der Buddha spricht ursprünglich von Tanha, von Durst. Und dieser Durst kann sich auf irgendetwas richten. Und unsere Aufgabe ist es einfach mitzukriegen, wenn er das tut. Mein erster Meditationslehrer, John Coleman, hat das indirekt angesprochen, in einem kurzen Abschnitt, den ich vorlesen möchte. Er hat gesagt, also ich habe es aus dem Englischen übersetzt, aber das Leben ist ein Jucken. Nichts kann getan werden, um das Jucken zu lindern. Jegliches Kratzen verschlimmert die Situation nur und verstärkt das Jucken. Das Jucken bewegt sich immer in Richtung Aufhören, Beendigung. Wenn da ein bewusstes, stilles und andauerndes Bewusstsein des Juckens ist, so wie es ist, wird sich momentan ein grösseres Unbehagen einstellen, dass, wenn es erduldet wird, darin resultieren wird, dass sich das Jucken selbst aufzehrt. Ich finde das sehr schön ausgedrückt und ich denke, dass viele von euch diese Erfahrung heute vielleicht gemacht haben, dass es so ist, wenn man die Aufmerksamkeit darauf richtet, auf das Unangenehme, ist es mal zuerst noch unangenehmer, weil man es einfach deutlicher spürt oder sieht, aber dann, wenn man nicht in den reaktiven Modus hineinkommt, löst es sich auch auf. Es löst sich immer auf, aber wenn man in die Reaktivität geht, dann verstärkt man es primär. Und eine Möglichkeit zum Umgang ist auch zu sehen, wo manifestiert, also das ist einmal ein Geisteszustand primär, aber oft hat das irgendwie eine Parallele oder eine Assoziation im Körper. Also ich kann eine Empfindung im Körper wahrnehmen, die assoziiert ist mit diesem Geisteszustand. Und das mag helfen, auch etwas diesen unpersönlichen Teil in den Fokus zu rücken, zu sehen, es ist so und das fühlt sich auch so oder so an. Das denke ich, ist immer ein guter Tipp, zu schauen bei Emotionen und so, versuchen auf die Körperebene zu gehen und zu schauen, was dort passiert, wie sich das im Körper manifestiert. Und grundsätzlich zum Verlangen ist einfach fantastisch, was alles getan wird, um unsere sechs buddhistischerweise Sinne, das Verlangen oder wie man die Sachen quasi verbessern kann, die Sinnesseindrücke. Also beim Auge, da haben wir Bilder, Fotos, Filme, das Fernsehen, die Schönheitsindustrie, die Schönheitschirurgie, die ganzen Kleider, Modesachen, Schuhe, Hüte, Blumen, Farben, ist eigentlich alles, damit es das Auge angenehmer hat, also dass wir angenehmere Empfindungen haben, wenn wir das Auge benutzen. Oder beim Ohr, die ganze Musik ist ja, ich meine, ich liebe Musik, aber im Prinzip ist sie nicht nötig fürs Überleben, direkt. Oder Konzerte, iPods, Fahrstuhlmusik ist definitiv nicht nötig, gibt es auch. In Frankreich gibt es auf gewissen Autobahnraststätten künstliche Grillengeräusche, die sie dann von der Benzintankstelle so rauszirbt. Oder wenn im Fall die echten Grillen nicht richtig tun, dann hat es das. Und im gleichen Geist hat BMW bei gewissen Automodellen ein künstliches Motorgeräusch, das sie über die Stereoanlage einspeisen, damit der geneigte Käufer ein genügend gutes Motorgeräusch erlebt. Weil der Motor ist wahrscheinlich so gut schallgedämpft, dass man ihn nicht mehr so gut hört, dann kann man es über die Stereoanlage künstlich wieder produzieren, finde ich. Das ist fast auf dem gleichen Niveau wie die Grillen. Die Nase, die ganze Parfümindustrie, die Warenhäuser, das erste im Warenhaus ist immer die Parfümabteilung, weil dort die Marsch am höchsten ist. Deos, Aftershaves, Duftbäumchen, im SO Spiri-Bereich die Räucherstäbchen oder irgendwelche Geruchszusätze, sonst. Die Zunge, alles was mit Essen zu tun hat, Jamie Oliver, Gourmillo, Restaurants, tausende von verschiedenen Getränken und Getränksaroma-Richtigkeiten, Süssigkeiten, die ganze Zuckerindustrie ist ja unglaublich. Meine Schokolade ist nur eines davon. und Haut ist etwas schwieriger, aber weniger offensichtlich, aber so Wellness zum Teil, Massage oder angenehme Stoffe oder Mittelmeerwinde, die über die Haut wehen. Also es gibt auch Sexualität, denke ich, geht auch in die Hauttast hin. Und der Geist, das ist natürlich extrem umfangreich. Also die ganzen Geschichten, die wir produzieren für den Geist, Bücher, Filme, Alkohol und Drogen. Es ist ja auch eigentlich, um es für den Geist angenehmer zu machen. Tabak, Pharmaindustrie, also Medikamente, die nicht direkt einfach für ein körperliches Leiden sind, sondern einfach, damit es angenehmer wird. Und generell beim Verlangen kann man sagen, dass das Gegenmittel im traditionellen buddhistischen Sinn ist, Vergänglichkeit beobachten. Also zu sehen, dass es eigentlich alles wieder zwischen den Fingern zerbringt. Und ich kann das haben, aber es hält nicht an. Und besonders klassisch ist die Bestandteile des Körpers oder der Zerfall des Körpers. Also die Mönche, die dann auf die Leichenfelder gehen und schauen, wie die Körper zerfallen. Das soll sehr wirksam sein gegen Verlangen. Es ist heutzutage hier nicht möglich unbedingt, aber einfach die Vergänglichkeit stark in den Fokus zurück und sehen, wie wenig das anhält. Wir wissen es ja eigentlich, oder wenn ich eine Praline reinschoppe, dann ist die irgendwie etwa sieben Sekunden lang hält das und dann muss es die nächste sein. Und nach der vierzehnten ist es eher unangenehm. Aber am nächsten Tag ist das irgendwie vergessen. Und dieser Brahmane, den ich am Anfang erwähnt habe, der fragt, wieso er sich nicht mehr an die Lieder erinnern kann, dann sagt der Buddha zu jedem von diesen fünf Hindernissen, er macht einfach ein schönes Bild. Und mir gefallen diese Bilder so, dass ich das euch vorlesen werde. Da sagt er in Bezug, also wenn das Problem ist, dass er wegen dem Verlangen sich nicht an die Texte erinnern kann. Da sagt er, Brahmane, stelle dir einen Topf Wasser vor, das mit Lack, Kurkuma, blauer Farbe oder purpurner Farbe gemischt ist. Darin kann ein Mensch mit normalem Sehsinn, wenn er hineinblickt, sein eigenes Gesicht nicht recht sehen und erkennen. Auf gleiche Weise verhält es sich, wenn der Geist von sinnlichem Verlangen besetzt und überwältigt ist. Man kann den Ausweg aus dem sinnlichen Verlangen, das entstanden ist, nicht mehr sehen. Man sieht und versteht das eigene Wohlergehen nicht oder das von anderen oder beides nicht. Texte, die man seit langer Zeit rezitiert hat, kommen einem nicht in den Sinn. Von denen, die man nicht rezitiert hat, ganz zu schweigen. Logisch irgendwie. Soviel zum Verlangen. Das Zweite, die Aversion. Da möchte ich, es gibt so eine schweizerisch-buddhistische Weise, ein Lied, das sowohl zum Verlangen und zur Aversion eine Aussage macht. Also, was er hat, das will er nicht und was er will, das hat er nicht. Und ich denke, das zeigt, wie lang die buddhistische Tradition in der Schweiz schon verankert ist. Also, die Aversion, das kann auch daherkommen in der Form von Angst oder Langeweile. Langeweile ist oft auch eine fehlende Verbindung zur Erfahrung. Oder halt auch in den extremen Formen von Hass oder Gewalt. Oder milder, einfach als unzufrieden oder so etwas mürrisch sein. Einfach, es ist nicht okay und ich mache Widerstand gegen das, was ist. Und ich denke, bei all diesen Hindernissen, es kann im Prinzip immer auch eine Möglichkeit sein, die Achtsamkeit zu fördern, wenn ich es sehe und nicht so identifiziert bin darin. Also, wenn ich sagen kann, anstatt sagen, ich bin ärgerlich, wenn ich sehen kann als einfach eine Emotion, die in mir aufsteigt und sagen, es ist Ärger da, dann ist es auch etwas, das die Sammlung oder die Achtsamkeit fördern kann. Und in dem Sinn auch ein wenig der Titel, also danke für die Schwierigkeiten. Die Schwierigkeiten haben durchaus das Potenzial, uns zu unterstützen in der Praxis. Auch wenn sie nicht so angenehm sind. Und eben, wie gesagt, unter dem Verlangen ist oft auch Aversion. Eben, Gedanken an unangenehme Erfahrungen, die wir gemacht haben. Eben, Arbeit, Beziehung, Partnerschaft, Familie. Es gibt ja den Klassiker, wenn man schauen will, wie weit man auf dem Vater der persönlichen Entwicklung ist, soll man ein paar Tage mit den Eltern verbringen. Das ist schon sehr wirksam, oder? Da sieht man, wo es noch klemmt. Oder auch hier jetzt hochaktuell beim Sitzen, also vor allem, wenn man sich nicht so gewohnt ist, der perfekte Meditationssitz. Der John Coleman, den ich so eben zitiert habe, der hat erzählt, der hatte mal in Indien einen deutschen Ingenieur im Kurs. Und der war besessen vom Gedanken, den perfekten Meditationssitz zu konstruieren. Und der nirgends drückt und klemmt. Und nach jedem, er hat immer wieder 10-Tages-Kurse gemacht, ist ins Dorf runter, hat sich dort Material beschafft und mit dem konstruiert, dann den nächsten Kurs gemacht. Und ich weiss nicht mehr, irgend nach einem Kurs X hat er dann eingesehen, es hilft nichts. Und hat er einfach ein kleines Kissen auf die Matte gelegt. Und das war es dann. Aber es braucht oft viel, bis man das sieht. Und Joseph Goldstein hat auch seine Geschichte, wo er sagt, er hätte es mal probiert mit dem Liegen, weil da dürfte es am wenigsten irgendwie eine ganz schön weiche Matte, und wo wirklich nichts drückt und so. Und er hat gesagt, 30 Minuten, 40 Minuten war okay. Dann hat es angefangen. Es hört nie auf. Es ist existenziell. Es hat nicht damit zu tun, unsere Matten sind hart, das gebe ich zu, aber es hat nichts mit der Härte der Matten zu tun. Es kommt auch bei der weichsten Matte. Im Zusammenhang mit der Aversion ist es auch oft interessant zu sehen, wie eigentlich unpersönliche Situationen, wie wir die persönlich nehmen können. Ich pendle jeden Tag von Bern auf Zürich. Und im Bahnhof diese Menschenmenge, das ist manchmal schon sehr eindrücklich. Und da kann man schon auch in die Falle kommen, die haben das gegen mich. Also, sie sind ja alle im Weg eigentlich. Und es sind so viele. Und einfach zu sehen, es ist einfach. Halt Bahnhof zur Strasse. Logisch, hat es viele Leute. Aber dass es nicht auch irgendwie dann so, trotzdem irgendwie etwas mit mir zu tun hat. Der von Eltern, wie Passanlehrenden, immer mit viel Respekt erwähnte, Munindrachi, ein indischer Lehrer, der hat das schön ausgedrückt, er hat gesagt, der Gedanke an deine Mutter ist nicht deine Mutter. Wir verwechseln das manchmal. Und wir denken, dieser Gedanke kriegt ein Eigenleben. Aber der Gedanke an die Mutter ist nicht die Mutter. Es ist wahr. Hier, wir haben keine Mütter, hier, oder ich meine, wir haben schon Mütter, die haben nicht die eigenen, aber die anderen Kursteilnehmenden. Und das ist ein sehr beliebtes Feld, auch um Aversion, also als Projektionsflächen für Aversion. Und, also sie bewegen sich sehr rasch, unachtsam, fast etwas rüppelhaft in der Esshalle, essen viel zu schnell und so. Und ausgerechnet ein Meditationskurs, oder? Auch beliebt, sie bewegen sich affektiert langsam, ziehen eine Meditatorshow ab, und irgendwie können sie nicht etwas normaler laufen und so, und essen viel zu langsam. Oder haben immer die absolut löchrigsten Kleider an, und wochenlang immer dasselbe und nie. Oder sie, ausgerechnet hier am Meditationskurs, wechseln sie dauernd die Kleider und verbringen wahrscheinlich sehr viel Zeit vor dem Spiegel. Und, also, sie sind ja nur objektive Beobachtungen, hat nichts mit mir zu tun, aber es kommt. Und das ist beliebt. Und nach dem Kursende, das verspreche ich euch, entpuppen sie sich als ganz angenehme und interessante Menschen. Sie müssen auch etwas Geduld haben. Das Gegenmittel gegen Aversion ist mal auch ähnlich, aber auch das Zulassen und das Fühlen. Der Kik Nathan hat das in einem Buchtitel so ausgedrückt, das heisst, umarme deine Wut. Das klingt etwas paradox, aber es geht in die Richtung. Also, der Geisteszustand ist das eine, aber die Abwehr dagegen ist oft das grössere Problem. Und wenn ich es schaffe, dieses unangenehme oder auch schmerzhafte Gefühl zuzulassen, wird das Problem sofort viel geringer. Und dann kann es auch schneller wieder weggehen. Und dann sehen wir auch schneller die Veränderung. Und auch, wie beim Verlangen auch, schauen, wie manifestiert sich das im Körper. Also, oft ist es mit Kontraktion verbunden, aber wo fühle ich das? Fühle ich es im Rumpf, im Brustkasten oder in den Gliedmassen. Und versuchen einfach dort eine Neugier zu entwickeln, wo sich dieser Geisteszustand des Ärgers oder der Aversion zeigt im Körper. Das ist eine Hilfe. Und da ist das Gleichnis von Buddha ist Brahmane. Stell dir einen Topf Wasser vor, der über dem Feuer erhitzt wird, bis das Wasser brodelt und kocht. Darin kann ein Mensch mit normalem Sehsinn, wenn er hineinblickt, sein eigenes Gesicht nicht recht erkennen und sehen. Auf gleiche Weise verhält es sich, wenn der Geist von Übelwollen besetzt und überwältigt ist. Man kann den Ausweg aus dem Übelwollen, das entstanden ist, nicht mehr sehen. Man sieht und versteht das eigene Wohlergehen nicht oder das von anderen oder beides. Texte, die man seit langer Zeit rezitiert, kommen einem nicht in den Sinn. Von denen, die man nicht rezitiert hat, ganz zu schweigen. Dann das dritte Hindernis auf der Liste, das ist das populärste am ersten Tag im Meditationsgetritt. Das ist Trägheit und Müdigkeit. Und wir haben schon in den Gruppen, aber auch hier, glaube ich, schon darüber geredet, das ist einfach dieser Stopp, ich habe es am Anfang erwähnt, das aus dem Alltag herauskommen und einfach in eine, im Wortsinn reizlose Umgebung, also, ja, platziert zu werden, wo nichts mehr läuft, wo wir nicht angeregt werden in dem Mass. Und da kommt sehr oft einfach Müdigkeit, und zwar recht massiv. Und es ist auch, bei Müdigkeit denke ich, ist es speziell schwierig auch zu sagen, Müdigkeit ist aufgestiegen. Und nicht zu sagen, ich bin müde, und eigentlich möchte ich doch eine gute Meditantin sein, und möchte wach sein, und die Aufgabe machen und so, und dann bin ich so müde. Aber es lässt sich nicht ändern, die Müdigkeit ist da, und Widerstand dagegen wird sie nicht wegmachen. Also, es bleibt eigentlich nichts anderes, als auch die Müdigkeit zu akzeptieren. Das kann sich auch äussern in, also als Unwilligkeit oder Überdruss, oder fehlendes Interesse. Und dann, der Geist ist gut, der Geist kann dann wieder Interesse, interessante Sachen machen, also dann ist man nicht mehr müde, sondern wieder auf dem Verlangenstrip. Aber, eigentlich, der Ansatz wäre eher, versuchen die Müdigkeit anzuschauen, zu schauen, wie die, was das, ja, wie die sich wirklich äussert, wie sie sich im Körper manifestiert, wie sich dieser, dieser Geisteszustand effektiv anfühlt. Und das Gegenmittel gegen Müdigkeit ist Interesse, also versuchen, der Forschungsaspekt zu stärken, zu schauen, was ist eigentlich los, und, und, so Ursache und Wirkung anzuschauen, schauen, was passiert eigentlich in meinem Geist, oder wieso ist das jetzt, oder was war letzte Stunde, und einfach versuchen, mehr so die Zusammenhänge anzuschauen, zu sehen, was, was eigentlich genau passiert. Und diese, diese Untersuchung, äh, kann helfen, einfach die, die Wachheit zu fördern. Und, in, im Zusammenhang mit der Müdigkeit, äh, sagt der Buddha dem Brahmane, äh, Brahmane stellt ihr einen Topf mit Wasser vor, das mit Wasserpflanzen und Algen, bedeckt ist. Darin kann ein Mensch mit normalem Sehsinn, wenn er hinein liegt, sein eigenes Gesicht nicht sehen und erkennen. Auf gleiche Weise verhält er sich, wenn der Geist von Trägheit und Müdigkeit besetzt und überwältigt ist. Man kann den Ausweg aus der Trägheit und der Müdigkeit, die entstanden ist, nicht mehr sehen. Man sieht und versteht das eigene Wohlergehen nicht, oder das von anderen, oder beides nicht. Texte, die man seit langer Zeit rezidiert, kommen einem nicht in den Sinn, von denen, die man nicht rezidiert hat, ganz zu schweigen. Das ist übrigens auch eine kleine Einführung in buddhistische Tradition, weil, Wiederholungen sind sehr beliebt in den Reden Buddhas. Ich finde diese Metapheren übrigens auch interessant, weil oft werden die so kurz angesprochen, aber nur im Sinne, was das Wasser für einen Charakter hat. Aber dass es eigentlich darum geht, dass ich im Wasser mein Spiegelbild und ich will mein Gesicht sehen. Also im Prinzip spricht er damit für mich auch diese Forschung, Selbsterforschung an, die wir betreiben. Und die eben verunmöglicht wird, wenn das Wasser ganz farbig ist, oder wenn es kocht, oder wenn es mit Algen bedeckt ist. Und das vierte Hindernis ist ebenfalls eines, das im Weg steht. Das ist das Gegenteil von der Müdigkeit, die Ruhelosigkeit, oder im Klassischen auch Reue und Gewissensbisse. Und die Ruhelosigkeit ist oft mit Denken verknüpft. Also diese, und hat so eine, es ist eine Rastlosigkeit, so eine zappelige Energie, und eigentlich wirklich sehr unangenehm, also wenn man das hat, dann sehnt man sich dann wieder nach der Müdigkeit, weil das ist fast dann gleich, gleich trotzdem fast angenehmer, als dieses zappelige, und ich sitze da in der Halle und darf mich nicht bewegen. Und das kann sehr unangenehm sein. Und man ist dann im Kontrast zu allen anderen Erleuchteten, die rundherum sitzen und ganz still sind, und selbst ist man extrem zappelig. Also das ist sehr schwierig. Es kann auch so eine Dünnhäutigkeit sein. Also man mag nichts ertragen, die Geräusche sind alle zu viel. Und dann geht es dann in die Aversion, aber einfach diese unruhige Energie zu halten, kann sehr herausfordernd sein. Und auch da das Gegenmittel wieder mit der Aufmerksamkeit versuchen, den Körperfokus zu halten, auch den Fokus auf dem Atem, der Atem hat immer etwas Beruhigendes, und die mit der Aufmerksamkeit durch die Körperregionen gehen. Also ich kann da auch schauen, wie fühlt es sich mit Füssen, mit den Beinen an, im Oberkörper oder im Kopf, oder was auch hilft, ist die Aufmerksamkeit auszuweiten. Also versuchen, den Fokus weiterzumachen auf den ganzen Raum und alles einschliessen. Also nicht ich und ein externes Geräusch oder so etwas, sondern wie meine Aufmerksamkeit, um diese Erfahrungen, die passieren, herumzubringen. dass er eigentlich alles in meiner Aufmerksamkeitssphäre Platz hat. Und damit einfach den Raum zu weiten. Das hilft gegen die Ruhelosigkeit. Und wenn es ganz schlimm ist, auch gehen, also etwas rasches gehen, dass er dann Ausdruck gibt dafür. Aber wenn es geht, kann man es einfach auch halten mit diesen Mitteln. Und gemäss Tradition sind auch, wenn eben die Müdigkeit und Ruhelosigkeit, diese beiden, wenn die etwas in den Hintergrund treten, dann sind die anderen oft nicht mehr so schwierig. Das sind schon zwei sehr schwierige Hindernisse. Hindernisse. Der Brahmane, der hätte ja bei dem Liedersingen auch durch die Ruhelosigkeit gehindert werden können. Das sagt er ihm, Brahmane stelle dir einen Topf mit Wasser vor, das durch den Wind bewegt wird, plätschert, wirbelt und zu kleinen Wellen aufgewühlt wird. Und so weiter. Auch im Wasser, das vom Wind aufgepeitscht wird, kann ich mein eigenes Gesicht nicht sehen. Das letzte Hindernis, der Zweifel, der nimmt sich, da gibt es ein paar beliebte Objekte für den Zweifel, also die, sehr beliebt ist, die Praxisfunktion, diese Methode funktioniert nicht. Oder die Methode ist nicht für mich, ich würde lieber Massage oder irgend so etwas. Oder die zweite Variante, ich funktioniere nicht. Die Methode wäre schon, okay, aber ich bin nichts wert und ich kann es nicht, ich schaffe es nicht, ich kriege es nicht auf die Reihe. Oder für uns schmerzhafter dann, die Lehrer funktionieren nicht, die zwei können mir nichts erzählen, ich glaube wirklich nicht, dass die was drauf haben. Und wenn, und der Zweifel ist natürlich, also, ja, man kann ganze Geschichten um das herum produzieren und es hat oft so einen scheinbar realen Aspekt, es kann ja wirklich sein, das Meditationszentrum Beatenberg hat ein Problem mit der Personalrekrutierung und jetzt sitzen halt wir zwei hier vorne, oder? Aber es ist, und das macht es etwas schwierig, Ärger ist, manchmal auch schwierig zu durchschauen, aber Zweifel hat, wirk immer irgendwie so, das objektiv, und Zweifel hat auch durchaus eine gute Seite, es geht ja auch darum, nicht einfach das Zeug zu nehmen, sondern es eben auch zu untersuchen, anzuschauen und zu hinterfragen, das wollen wir ja auch, und dort ist es manchmal schwierig, die Grenze zu ziehen und zu schauen, wo ist, also, was ist der forschende oder untersuchende Geist und was ist einfach der skeptische Zweifel, der nirgends hinführt. Die Wahrheitsergründung, der positive Aspekt, das ist einer der sieben Erleuchtungsfaktoren, also es ist durchaus dieses Hinterfragende, hat einen sehr positiven Stellenwert auch. Aber in Bezug hier auf die Methode oder auf die Praxis und so, dann ist mein Ratschlag also einfach zu sagen, okay, ihr habt euch entschieden, hierher zu kommen, lasst die Evaluation dann bis nach dem Kurs sein. Es ist schwierig, während dem Kurs zu sagen, was es wirklich mir selber hilft und zu sagen, okay, ich habe mich mal entschieden, ich mache es jetzt und dann kann man es vielleicht etwas auf die Seite lassen. Aber der Zweifel kann sich natürlich irgendwelche Objekte suchen und da geht, ja, es kann auch aus einer eigenen Unsicherheit heraus genährt werden und es ist dann schwierig zu sagen, was es ist und wo es herkommt. und auch hier eigentlich immer wieder die Aufmerksamkeit zurück in den Körper führen und Schritt für Schritt auch durch den Körper zu gehen. Eigentlich bei jedem Hindernis eine gute Methode, ein gutes Gegenmittel. Ja, und man kann wirklich einfach auch methodisch durch den Körper gehen, ist die wirksamste Art eigentlich den Fokus kontinuierlich im Körper zu halten, wenn ich einfach durch, Teil für Teil durch den Körper gehe mit der Aufmerksamkeit. Und das hilft dort auch. Und hier schliesslich das letzte Gleichnis, was ebenfalls der Brahmane wegen dem Zweifel seine Lieder nicht mehr kann, sagt er, der Brahmane stellt dir einen Topf Wasser vor, der trübe, nicht klar und schlammig ist und im Dunkeln platziert wird. Darin kann ein Mensch mit normalem Sehsinn, wenn er hineinblickt, sein eigenes Gesicht nicht recht sehen. Offensichtlich. Also das trübe, schlammige Wasser, und er steht erst noch im Dunkeln. Also wir hatten das Wasser mit Lack und Kurkuma Farbe, das kochende Wasser, der Ärger, die Aversion oder das Wasser mit Wasserpflanzen und Algen bedeckt, die Müdigkeit oder das Wasser, das vom Wind gepeitscht wird, die Ruhelosigkeit und schliesslich eben das schlammige trübe Wasser, das in einem dunklen Ecken steht, der Zweifel. Und wie am Anfang gesagt, was wesentlich ist, ist immer unsere Beziehung dazu und zu schauen, welche Beziehung, welche innere Haltung habe ich zu diesem Geisteszustand. wir tendieren wirklich stark, einfach die Objekte in den Fokus zu stellen und Sachen, die wir dann gerne haben, eben Süssigkeiten, sonniges Wetter, Ferien, gutes Essen und so, das ist dann Glück, dann geht's uns gut oder wenn's regnet oder Überstunden oder Rückenschmerzen, dann haben wir Pech oder schlechtes Karma und aber die Meditation dreht sich eben nicht um, wir wollen nicht angenehme Gefühle herbei meditieren, sondern wir wollen neugierig sein darauf, was hier ist und eben die Dinge, wie sie entstanden sind, das Yatha Buddha und die sind halt nicht immer angenehm, aber sie ändern immer und es gilt sie einfach wahrzunehmen und da hat Michelle McDonnell, glaube ich, eine amerikanische Lehrerin, hat einen Tipp, ein kleines Akronym geschaffen, das denke, für mich hilft im Umgang mit diesen schwierigen Geisterzuständen, das heisst RAIN, RAIN recognize, allow, investigate, not self, also RAIN recognize, erkenne die Erfahrung, beobachte die Erfahrung vielleicht auch benenne, was passiert, allow, das heisst zulassen, akzeptiere die Erfahrung, also damit, mit der Erfahrung sein, ohne sie ändern zu wollen, unbedingt, und recognize, allow, investigate, E, untersuchen, also eben die Neugier fördern, zu schauen, was passiert eigentlich, und ein liebevoll erforschen, was eigentlich im Geist abgeht, recognize, allow, investigate, und schliesslich not self, für das N, also zu sehen, dass diese Wahrnehmung, das ist ein Strom von Wahrnehmung, das bist nicht du, das ist nicht ich, darüber wird Samuel morgen Abend mehr sagen, aber das ist ein wichtiger Punkt, das ist unpersönlich, es hat eigentlich keine Substanz, Gedanken sagen uns immer, glaub mich, aber sie lügen, sie rattern durch, und das nächste, zwei Minuten später sagt es, das Gegenteil, also was soll ich da glauben? Die, ein Problem ist, denke ich, schon, dass es, dass es, die Schwierigkeiten häufig anhand eines Themas manifestieren, und dass wir dann halt die Tendenz haben, es an diesem Thema festzumachen, dann wirkt es irgendwie realer. Aber eben diese Hindernisse, die werden auch schwächer, die gehen auch tendenziell weg, und wenn sie weg ist, sagt der Buddha, dann ist der Geist formbar und kann bearbeitet werden. Also das ist, kann man sich auch freuen, dass die dann in der Zeit etwas schwächer werden. Also zum Schluss einfach nochmal die, die Aussage, die Schwierigkeiten sind nicht ein Fehler, das ist einfach, das ist existenziell bedingt, das passiert einfach, und der Anspruch, sich darauf zu freuen, finde ich sehr hoch, aber wenigstens eben zu sagen, nein, ich mache nicht mehr so Widerstand, das denke ich, wäre schon ein guter Schritt, zu sagen, okay, es kommt jetzt, ich mag es nicht, aber ich versuche nicht dagegen anzukämpfen. Und die Hoffnung ist, dass wir hier lernen, in einem, dadurch, dass wir diese Hemmnisse besser sehen, dass wir eben weniger Reaktivität und mehr Akzeptanz haben, und weniger identifiziert sind, beziehungsweise schneller merken, wenn wir auf den Zug aufgesprungen sind, und wieder absteigen können. und vielleicht sogar zwischendurch mal eine schwierige Situation oder einen schwierigen Menschen als Lernmöglichkeit sehen. Ich weiss, das ist nicht einfach, aber es ist möglich. Also, in dem Sinn, danke für die Schwierigkeiten.